Wir werden jetzt jetzt hier weg von mir, weil da steht ein Typ mit Waffe bei mir an, hier bei der MK1, und er ist da Der Adenauer ist in der Nähe Du bist tot jetzt, oder? Zu Fuß, ich renne Fuck Ein Sackgass Ich schnupp zu dir extra und er hat Gehöl für dich Wer hat die scheiß Stadt hier hingebracht? Das ist einer von DFR Dann verabschiede ich schon mal von der MK1 Im Fall, ich hänge in einem LKW drin Ja, da sieht ich gar nicht Doch, der sieht mich Hier nix mehr Muss einer von euch gucken, ob tot oder lebendig Wie weit seid ihr noch weg? 3,2 3,2 3,2, ja Wieso bist du ohne Auto unterwegs eigentlich? Ich hatte doch einen Disconnect Disconnect hatte Achso, okay Das habe ich Weil es mir nämlich Der Kurven hat es mir überschlagen Nein, das schafft es echt natürlich Ja, in so einen Frackhain einfach Der bleibt sich da überall stecken, gell? Deshalb deine dicke Blutwurst nicht überall einig Lol Ich habe die HP verloren Wer ist denn der Ding, wo da kommt? Wir sind nur 1,3 Kilometer entfernt Boah, jetzt habe ich so eine Nudel von mir Pissig Lol Lol Fahr gleich rechts Fahr gleich rechts um Der hat mich gekillt Er hat die ganze Zeit das Auto geflippt Lol Hat sie ihr weit weg von mir? 500 Meter nach Der Hauptstraße, oder? Ich habe es, ich habe es markiert Die letzte Position Er fährt weg Mit was? Was hatte der? Keine Ahnung Weiß ich nicht, ein MX oder ein MK200 Irgendwie sowas Ne, mit was für einem Fahrzeug? Wenn er wegfährt Rockstar-Dings Ne, der ist noch da Der ist noch da Es hat sich zweimal so angehört Das Auto hat sich halt bewegt Irgendwie Also ich habe nicht gesehen, dass es geflippt war Sondern das war Es hat halt das Geräusch gemacht Weißt du, wenn man irgendwo dagegen fährt Guten Tag, bitte einmal aussteigen Das ist DFR, gell? Mr. Nobody Das ist Polizei, oder? Eine kurze Frage Haben sie hier eine Waffe aufgenommen Von dem Kollegen, der hier verunglückt ist? Nein, der hat keine Waffen aufgenommen Die sind im Auto drin Die habe ich schon vorsichtshalber da reingelegt Die dürfen aber das Auto nicht beschlagnahmen, gell? Oh, okay Oh, okay Alles klar Wenn da jetzt die Polizei kommt Der fände ich das Auto nicht beschlagnahmen Wir schleppen die Saberfahrten Also wir würden jetzt halt hier warten Wir würden jetzt halt hier warten Ja, wunderbar Zuletzt war der Kollege hier Inmitten des LKWs Müssen wir mal gucken Ob der vielleicht von unten irgendwie ran Ja, der ist jetzt halt hier Schon draußen Schon draußen Wie ich sehe Ja, ja, ich bin hinten tot Ich glaube, der hat zweimal das Auto geflippt Ich bin mir aber nicht sicher Weil ich fast hinten war Und dann hat das Auto zweimal so ein Geräusch gemacht Als wenn man jetzt irgendwo dagegen gefahren war Wenn ihr versteht, was ich meine Ja Redet mit mir noch jemand? Ja Ich weiß, dass du dich gehorcht meinst Immer wieder gerne Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so passiert Ja, wirklich Kass, vielen Dank Wiedersehen Tui, du da drinnen, ey Das sieht so geil aus Soll ich dich jetzt auch trotzdem noch looten? Ja, da war doch gerade irgendwas Man hat doch gerade irgendwas gehört Da war doch gerade Sirene in uns Wo war denn das? Äh, mehr Richtung Airfield Ich loot dich jetzt trotzdem mal, oder? Habt ihr einen Schlüssel für den Offroader? Ja, aber du kannst ja mal in einer Laten lassen Ich bin ja noch Ich muss sowieso noch 8 Minuten warten Habt ihr einen Schlüssel für den Offroader? Du lootest einen? Ja Ja Na, da hab ich meine Waffen Und die Polizeiwesten Und das eine da Alter Info, was ist bei dir denn los? Ne, wie ihr da drin hängt Das sieht so geil aus Als im Landschaftsäcker Hä? Bei mir lieg ich draußen Ne, du liegst bei mir hoch Ja jetzt halt Da kommt was, was kommt da TV, oder? Ja Jetzt auch Da wird die Ohne What the fuck Aber dein Auge ist offen, oder? Wie der da her fliegt Ich hab hier wieder mal in einem Aufroader Aufroader Wollen gemacht Und wenn das ein Rüge Gewalt mit dem doppelten Rückwerke Ach herrje Ach herrje, da kann mal wieder jemand nicht fahren Oh, der Leo ist hier drin Oh, mehr oder weniger Mikrofon activated Wie heißt der? Wie heißt der? Willi Werkel Werkel Das ist der Leo Willi Wackl Willi Werkel Willi Werkel Nur mit wie? Achso 50 50 Kann ich mal aussteigen? Ah, hier ist schon wieder eine Aktion Was haben wir denn hier gemacht? Es ist zu Ja Ja Ich hab ein neuer Stunt ausprobiert Und eine Auto hat sie zweimal nach rechts überschlagen Wie sie sehen Und dann haben wir der Lkw hier im Weg Ja, ja Ich kenne die doch Die machen doch gar keine Stunt ausprobiert Mikrofon activated Mikrofon activated Nee, das stimmt nicht Ich glaub die kennen meinen Bruder Wie heißt der? Äh, Leo Fernandes Ja, den haben wir schon mit dem gehört Ja, den, den kenne ich natürlich Soll ich das Fahrzeug, äh, beschlacken? Das können wir jetzt gerne machen, ja Weil, ich glaub das kann man nicht mehr rausholen Das hat der Nette hier vorher versucht Und hat mich dabei getötet Ja, ich glaube auch Das wird schwer den hier wegzukriegen Ja, super, Kontis zeigt da jemand looten Ich hab viel Kaninchenflasch auch nicht Das hat auch Warum hast du mir deine Haut aus? Ey, habt ihr den Geländewagen schon leer? Ja Ja Ich hoff, Tom ist ganz gut So, dann fahrt vorsichtig Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ja, okay Mikrofon activated Was, was macht ihr denn? Ja, der hält mich Der hält mich Ja, nehm ihn in den Mund Oh, oh Äh, der Nette hier hat grad verlangt Dass sie den in den Mund nehmen Also ich weiß nicht, was der wollt Lass Ähm Ich auch nicht Ich glaub ich will's auch gar nicht wissen Besser ist das Ja, das ist nämlich Also er hat nämlich am ... ... ... ... ... Kannst du mich endlich mal rauslassen? 4 Red Gull 4 Red Gull Aber die 5 Dietrich ist nicht mehr, oder? Ne Ja, die kann ich nicht so nicht Okay Warte Warte Jetzt hat man schnell ins Auktionshaus fahr'n Und jetzt geht der Fahrzeug ab, oder? Scheiße, ihr könnt mich gar nicht mehr mitnehmen Ich komm noch zu euch Jungs, bleibt stehen Ich bin nicht rasiert Besser? Besser Hätte er doch nicht eingesperrt Das ist top, wir müssen runter essen Was kann ich für dich tun, wir haben auch irgendwas geschrieben Jetzt nicht klappt Oh, da kommt nicht, go ahead Da unten sind wir fest, die nicht verstanden Ich hab dich damit nehmen Ähm Wäre schön, wenn ihre Kollegen gefahren könnten, so schnell weiter Das Auto ist voll, er soll gucken Okay, das liegt mir doch schnell vorbei Ich will Hubschrauber fliegen Du bleibst drin sitzen Schnell dich an Loll Loll Da wurde auf der Karte markiert, wo wir waren Last Position, oder so Das war Thompson, du Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's